Hier wären wir wieder. Wir sind schon vor dem Dorf, in dem Katsuhira Miller festgehalten wird. Wir nähern uns jetzt dem Dorf mal, um zu gucken, wo der Typ überhaupt ist. Sozu nehmen wir einfach mal unser Fernglas und gucken uns die Umgebung, die Leute mal an, wo sie hinlaufen, wo welche stehen. Wenn das ein Snipergewehr ist, habe ich ein Problem. So seins. Nein, das ist keines. Gut. Hier rennt noch einer. Ich glaube, viel mehr Leute sehe ich nicht. Die werden sich wahrscheinlich weiter hinten verstecken. Extraction arrived at the Mother Base. Oh, da sind noch zwei. Die rennen hier herum wie auf gescheuchte Bühne. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll, aber ich bin mir sicher, dass es nichts Gutes heißen mag. Ich versuche jetzt einfach mal... Oh, scheiße. Ich logge den Typ mal an. Ich kann nur hoffen, dass er mich nicht sieht, bevor ich ihn kriege. Und wer ist mir? Einer weniger. Du machst mir auf den Weg nach draußen. Keine Probleme. Kurz nachladen. Und ich habe die Position bereits. Das heißt, ich kann zum Glück schnurrschrack drauf zulaufen. Analyse complete. Uh, der hat eine Fertigkeit. Das ist, das ist geil. Leider geil, aber... Ich denke mir jetzt mal... Die Extraktion unseres Kumpels ist ein bisschen wichtiger. Wichtiger. Die lasse ich am Leben. Ich hoffe jetzt einfach ganz schwer, dass hinter mir keiner auftaucht, weil sonst... ... mache ich den zweiten. Das ist der Geburt, Boss. Das ist, wo sie Miller holen. Gott. Nicht mehr für mich, oder? Kass, das ist mir. Ich bin hier, um dich rauszukommen. Snake. Sie machen etwas mit deinen Augen? Nein, es ist... Es ist einfach so blöchig. Nein, du hast. Was ist das, Silnov? Wir sprechen, aber nicht hier. So, Kumpel, lass uns hier rausgehen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn du in einem Gebäude bist, dass die Kamera so nah dran ist. Da siehst du gar nichts mehr. Das ist ein bisschen doof. Das war jetzt auch schon knapp. Der Typ hat uns schon fast gesehen. Ach du, komm schon! Ich treff hier nix. Gut so, ich hätte auch hier links langlaufen können ohne dem Typen was zu tun, aber... Na ja. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ach du Scheiße. Da kommt noch einer. Sag mal, bin ich blöde? Unser Peacord kommt auch schon. Ich lass mich nicht drauf. Alles ist. Das ist Bequat! Ein Wieser zu LZ! Ich warte mal! Bist du Scheiße! Ach du Scheiße. Ja komm runter Mensch. Ahab, hast du mir gehört? Das ist Pequod. Es ist Gas, die die LZ. Wir können nicht landen. Bleib zurück! Gas? Es sind sie. Oh, jetzt kommen die Asis vom Dienst. Was immer das für Kreaturen sind, die machen mir Angst. Und das jedes Mal aufs Neue. Boss, schau mal. Es sind die Skulls. Lass sie uns finden. Lass sie uns finden. Was immer das Mist ist, ist alles um dich. Wir können es nicht durchsehen. Ich verändere die Fahrzeuge, damit es außerhalb der Mist ist. Geh da hin. Der Schopper wird warten. Wir packen erstmal unser Kumpel hier drauf. Dann gucke ich mal, dass ich irgendwie vorbei komme. Ich hoffe, das geht irgendwie. Oh, das geht alltid. Oh, kitaplautalnyaangPUG. Wir versuchen noch mögliche Wegorang. Ach du Scheiße. Nun... Ja. Brennen, ne? Tja, was? Wow! Wir sehen ja schnell! Schnell aus dem Weg ducken! Puh, wir müssen schnell hier raus. Sehr schnell. Scheiße! Ich glaub das war's. Die haben sich verzogen und wir sind zum Glück noch davon gekommen. Das war ein richtig schräge Typen. So Junge, wir bringen dich erstmal nach Hause. Das war's. Ziel gesichert, wir haben ihn. Das heißt... Mission... Erfolgreich. Oder? ... ... ... Beobachtungen. Extraction arrived at Mother Base. konto das war der zweite teil von der ersten mission ich sage gleich sage ich danke we're headed for the seashells that's where our new home is now hey I'm some operation we had nine years ago carving out our own world making our own future and they took it away so und während dem ja vor sich hin sah will sage ich danke ist zugucken wir sehen uns beim dritten teil ich hoffe ihr schaltet wieder ein bis dann tschüss make a new place together that we can call home yeah we were dogs all right slinking around out of cypher sight digging up whatever kind of dirty money we could find you name it we did it you see this diamond dogs our new home the phantom of our former selves triumph death we weren't allowed either yeah this we did something life we don it